Ja, wir spielen Blender, Blender bis basically, wir kochen zusammen und es ist Chaos und einer muss Aufgaben machen, der andere muss auch Aufgaben machen und dann am Ende hassen wir uns und lieben wir uns und es ist sehr anstrengend, aber auch toll. Die Upgrades links. Ja, ich würde sagen, Chat, wir starten erstmal mit einem Entspannten, deswegen machen wir erstmal schon wieder Man in Steakhouse. Only Steak, nothing else, man. Diesmal wie Trimax Fabrik bauen. Wär geil, würd ich fühlen. Okay, das hatten wir schon mal, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Das ist tatsächlich ziemlich gut. Da haben wir sehr viel Fläche für Tresen. Ich weiß nicht, ihr sagt nein, aber ich finde das gut und ich nehme das jetzt. Und Upgrade, muss ich mir mal ganz kurz angucken, ob hier was ist und ob wir das geil finden. Extra Leben, nee, jetzt noch nicht. Gefrierschrank, nee. Oder den Geschirrspüler, den nehme ich, Lemmich, Chat. Ja, 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 ich muss die Hurigkeit, die Hurigkeit, oh, die Hurigkeit, drehe ich mal um. Oh, ich will auch die Hurigkeit, warte. Die Zeit nehme ich mir noch, die Zeit haben wir noch. Ach, deswegen heute? Okay. Ich glaube, ich habe uns die, ja, ich habe uns die Spülmaschine gegeben. Oh, du King. Weil wir müssen das Ganze überlegen, wie wir das jetzt hier machen. Also ich war immer Kochmaus, wir können aber auch mal switchen, so ist nicht. Nee, also ich bin auch super gerne hier die Bedienungs-, Bedienungs-, äh. Müssen wir mal ganz kurz überlegen. Hier kann ich dir dann Sachen rübergeben. Meinst du, du kannst auch von hier drüben, vom Herd was nehmen? Ich glaube nicht. Warte, ich glaube, ich wasche lieber Teller ab, oder? Willst du den dann hier hinpacken? Ja, hier. Dahin, ehrlich? Ja, ja, oder? Nee, dann muss ich die von da teilweise nehmen. Nee, das war doch so ein klassischer Fall von, wenn wir jetzt hier hinpacken. Lass doch die hier hinmachen. Ach, scheiße, hier ist der, hier ist die Theke, Digga. Ja, ja, ich muss die dann dann nehmen. Wir können das aber switchen. Aber dann, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist, ich glaube, es ist Quatsch, wenn ich dir, äh, immer die, die voll leeren Teller hier hin tue. Ich glaube, es ist geiler, wenn ich das selber mache. Trust. Okay, dann stell du, wie du willst. Ja, wir können es also probieren, wenn nicht, stellen wir es um. Jo. Aber ich muss halt die Teller nehmen, um das Fleisch dann drauf zu machen, weißt du? Kannst du das Fleisch nicht einfach da hin tun? Ich brauche hier noch eine Theke. Wenn du immer Teller bereit hast hier? Genau. Also, dass ich, du mache mal hier die Teller, und dann tue ich die da direkt rein, weißt du, vom Tisch. Gefällt dir das? Ja, let's try it. Okay, wenn nicht, dann machen wir anders. Let's try it. Ach stimmt, ich muss ja immer noch schneiden. Muss ich überhaupt schneiden? Ich glaube nicht, oder? Nö. Man weiß es nicht. Was will er? Fleisch? Er will Fußsohle, Schuhsohle. Top. Mach ich ihm. Ist gar kein Problem. Ist kein Thema, mein Lieber. Ich pratsche dir komplett durch. Geil. Ich habe jetzt einfach nochmal eine Schuhsohle einfach mal gemacht. Will bestimmt legen wir noch. Vergessen, wie unendlich langsam das am Anfang ist. Ja, 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 ja. Das sind einfach nur so zwei Gäste, das war es gleich schon gefühlt. Aber ich rufe nochmal an. Auf arrogant. Wir können das. Ich glaube auch. Okay, einmal Halbschuhsohle und einmal roh. Mhm. Okay, haben wir? Ja. Geil, das wollen die. Jo, auch einmal so einen Kollegen hier. Ja. Dann haben wir eins wasted. Einmal roh. Aber merkt ja keiner. Nee. Genau. Und einmal so ein Mittel. Kriegt der glückliche Mann. Traumhaft. So geht es auch. So, und was will er? Boah, eine komplette Schuhsohle. Jo. Ich muss irgendwie wieder checken, wie ich Sachen hinstelle. Boah, ich bin dumm. Der ist tragisch. Okay, das ist alles schon mal am Ruf hier gerade. Ich wasche es hier hinten. Ja, so. Wir sind eh durch. Ich wollte es trotzdem nochmal machen einfach. Im kleinen Schmutz hier. Ja. Im kleinen Schweinesaustall. Schweinesaustall. Das ist saustall, ey, Mann. Das ist auch mal ein. Nein, ja. Goblette ist saustall. So. Ja, hier haben wir einen Forschungsschreibtisch. Wir brauchen auch so einen. Ja, den Forschungsschreibtisch. Den müssen wir wieder kaufen. Der kann hier hinten in den Raum. Ich habe einen Hack. Ich habe einen Hack. Wenn man den hier jetzt einmal nochmal reintut, dann kriegt man nächste Runde noch einen. Bist du zufrieden mit der Aufteilung? Willst du da noch was anderes haben? Ey, ich bin da komplett. Aber willst du vielleicht lieber, wollen wir vielleicht doch wieder die Teller wieder zurückmachen? Können wir machen. Aber da mache ich halt gar nichts. Ich weiß ja nicht, ob das extra Stress ist. Das ist so. Checkst du? Du könntest halt, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Das ist geil, das hier zu haben. Weil dann kannst du auf die Teller zugreifen und ich. Das ist auch wieder recht. Aber ja, muss ich halt kurz reingehen einfach. Oder den hier. Dann geht es, glaube ich, wieder von der Seite. Warte, warte, warte. Ja. Da kommst du halt nur nicht raus, ne? Ich brauche die nicht. Oh, das ist natürlich perfekt. Guck mal, so. Und dann stelle ich ein Geschirrspiel einfach hier hin. Ja, geil. Hot Girl Shit. Ich glaube, das ist super. Wir können auch nochmal Geschirr kaufen, ne? Ja, das ist... Aber die Ablage brauchen wir auch. Jetzt kann ich da mein Fleisch schon so ein bisschen hinlegen. Random. Komm rein, meine fröse Söhne. Warte, will er. Warte, will er. Sag's uns. Passt auf, dass du nicht zu oft da oben callst. Nicht, dass da irgendwie wieder nicht genug Plätze haben, weißt du? Ja, 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 ja. Super. Ups. Der will ein Ei. Ein Ei. Vorsichtiges, will er. Ein bisschen eins. So. Da sind wir. So. Super. Pass auf. Die wollen hier einmal Schuhsohle, einmal so Halbding. Mhm. Einmal Halbding. Mhm. Einmal Schuhsohle für dich. Ich mache hier einen kleinen Wischer-Wischer. Jebi, jebi, ja. Und einmal Schuhsohle und einmal so wenig. Ich muss nochmal checken, wie ich das hinstelle, ohne das abzugeben. Checkst du? Dass die Zeit nicht abläuft. Wie habe ich denn das gemacht letztes Mal? Am I being stupid? Ich weiß nicht, was du meinst. Wie meinst du, dass du was machst? Also, dass ich das hinlege und dann diese Zeit jetzt nicht nochmal abläuft, weißt du? Dass ich erst jetzt das so annehme auf den. Ich glaube, da hatten wir ein Feature einfach. Ah, okay. Dass die direkt mal gesehen haben wollten. Dass die so geduldiger waren und so, genau. Ah, okay. Okay, check, check, check. Ein Tablett hatten wir auch, ja. Irgendwann hatten wir auch ein Tablett, dass du zwei Sachen nehmen konntest. Ich habe hier Geschirr. Warte mal, ich habe jetzt auch ja hier was drin, oder? Okay, hat leider nicht funktioniert. Wir waren mega planen. Wir haben aber auch nicht, wir haben auch nicht, ich habe nicht gemacht. Nee, 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 das brauchst du auch nicht. Einfach nur drin lassen. Weil dann vielleicht nochmal einmal warten. Okay, wollen wir... Hätte ich nicht upgraden sollen. Hast du upgradet? Nee. Ach so, nee, das ist genau, genau hast du genau richtig gemacht dann. Okay, dann mache ich es nochmal genauso. Ah, Tresen. Ich dachte, wir kriegen ein Messer. Nee. Es tut vielleicht, oder... Könnte man probieren. Oder mehr Geschirr, wäre auch irgendwie sexy. Da haben wir direkt Achterstack. Ich glaube, das ist geil. Da können wir das einfach tauschen. Weißt du, dann stellst du einmal Geschirr bei die Hit einfach hin. Sicher, dass da noch was rauskommt bei dem Forschungstisch, wenn wir es nochmal drin lassen? Nee, nee, nee. Das Ding ist, wenn man das einmal nur drin lässt, dann ist halt die Chance, dass in der nächsten Runde, wenn die neuen Sachen spawnen, wieder ein Forschungsschreibtisch dabei ist. Ziemlich hoch. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Let's Fats! Let's try! Wollen wir das Geschirr nochmal kaufen, dass wir das tauschen? Checkst du? Also das Geschirr genau kaufen und dann tauschen gegen das andere, weil das ist ein Achter. Ah. Weißt du, einfach genau. Ah, ja, ja, ja. Ich glaube, du bist smart. Ja, guck mal hier. Ja, das ist super. Da kommen wir noch voran. Das ist super. Okay, ich bin bereit. Rein in den All. Sehr gut. Und du brauchst auf jeden Fall so schnellere Kochstellen. Ja. Die Ofen. Wie die wieder reinlaufen. Guck mal, wie die wieder laufen. Die Gamer rücken. Die sind wieder, die sind wirklich, die sind wieder hungrig, die Leute. Jetzt nach dem Zock erstmal ein ordentliches Steak reinschieben. So. Und dann noch essen gehen. Steak, Junge. Ein ordentliches Steak. Ja, Mann. Ja. Kann ich hier mit dem Code Ely günstiges Steak essen gehen? Junge. Okay, zweimal Mittel. Jo, machen wir. Jibbi. Hammer. Hammer. Hammer und haben wir. Super. Oh, fuck, ihr beide angefragt. Äh, also einmal Schuhsohle und Mittel. Ja. Ja. Super. Und dann einmal Schuhsohle im Mittel. Mhm. Boah, ich kann dieses Loch da oben nicht sauber machen. Zweimal Schuhsohle. Okay, got it. Mach doch mal sauber hier. Was macht denn die Twitch-Integration, Chat? Das hört sich nicht nach was an, was ich haben möchte. Ah, ich glaube, dass Zuschauer von uns Gäste in dem Laden sein können. Ach so. Ja, also das sind einfach die Namen aufpoppen, I guess. Das ist lustig. Ich dachte, es passiert sowas, dass die uns, keine Ahnung, dass die uns von oben noch so einen Hammer auf den Kopf werfen oder so. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre nicht cool. Mich stört das gerade so. Ich habe gerade irgendwie so einen richtigen, so einen, so einen, so einen, so einen, dass ich irgendwie denke, dass ich das nicht richtig mache mit dem Hinstellen. Check das nicht. What am I doing wrong? Was machst du da? Ich animiere meinen Magen. Geil. Wie bei Babys. Sehr gut. Weißt du, das ist für die Verdauung. Fügt dünnen Steak als Hautspeise hinzu oder Sauereien bedecken größere Bereiche. Ja, dann machen wir lieber dünn geschnittenes Steak auch zusätzlich, oder? Ja, aber du hast halt schon drei Sachen, die du machen musst, ne? Ah. Dann haben wir halt mehr Sauereien. Ist es geil, mehr Sauereien zu haben? Ja. Ich glaube, ich würde eher immer links machen. Okay. Weil sonst ist es halt noch mehr Struggle, weißt du? Ja, ja, verstehe. Blau Pause Kabinett. Achso, das brauchen wir nicht. Ja, wir haben leider immer noch keinen Tisch, ne? Ah, leider gar nicht funktioniert, dann schau ich es einfach auf mich, I guess. Na gut. Ich würde da nämlich, Manuva, ich würde da nämlich mal eine Kochstelle reinpacken. Okay. Weil dann kriegen wir vielleicht den Ofen. Und das wäre schon Hot Girl Shit. Boah, das wäre echt sexy, man. Okay, dann bin ich auch wieder ready. Oh, oh, oh. Traum. Ready und breit. Juhu. Ich mache hier auch direkt die Faxen hier unten. Fax dir einen ab. Abgemacht. Oh, wir hätten das Kabinett kaufen sollen, das wäre schlau gewesen. Ja. Oh, guck mal, das ist Chatter, das ist Chatter. Das hat ja gut funktioniert. Ja. Kattler, was willst du? Sag an. Was will sie? Kattler will Schuhsohle. Kattler hat gar keinen Geschmack. Schade, Kattler. Ach, und Chat kann reinspammen mit, was die ordern wollen. Hä, wie lustig ist das denn? Das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Ei, ei. Hey, Chat kann uns aber voll helfen, wenn Chat immer nur eins macht. Auf nett. Ja. Hä, wie süß. Wir haben hier gerade ordentlich Tempo, ne? Ja. Aber es geht noch. Falls dir langweilig ist, kannst du immer schon so Teller dahin legen. Okay. Aber nur, wenn du nichts zu tun hast zwischendrin. Ey, klar. Na klaro. Okay, hab ich beide. Okay. 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 Das ist viel geiler. Das für nur eine Sache, die du machen musst. Das ist so geil. Jetzt erst mal spielen wir es durch bis zum letzten Ding. Ja, normal. Wir sind noch keine Quitter. Ja, Quitter ist auch ein Obst. Werdum, wenn wir das denn, Nova. Boah, diese Waschmaschine am Anfang ist aber auch guter Gamechanger, muss ich sagen. Ja, die ist krass. So, Kollege, Flip, ja! Wollen wir zweimal hier, ne? Ja. Ja, mach ich. Eierschale. Juhu, ja. Sehr gut. Oh, was wir machbar sind. Haben wir süß und gut gemacht. Macher, kein Lacher. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir hier brauchen? Wir haben hier einen Dresen noch und einen Tablettständer. Ah, das ist doch geil. Für zwei Gegenstände. Den holen wir. Was machst du da vor? Ist gut, Mann. Okay. Schau mal, Nova, ich hab ein Tablett für dich. Geil! Was mach ich damit? Da kannst du zwei Sachen und gleichstelle ich mir tragen. Wowie! Oh Gott, Hilfe. Gut. Sichere Kochstelle, da gibt's noch besser, ne? Das lass ich noch einmal drin. Nova, willst du unseren Laden noch kurz umnennen? In... Was denkst du, worauf hast du Bock? Geiles Steak für Männer... In Klammern. Männerbude. Männerbude. Ja, Männerbude. Männer... Nein! Männerhöhle. Männerhöhle. Man Cave. Männerhort. Man Cave and Meat. Oh, das ist sehr missverständlich, aber auch deswegen auch gut. Man Hole. Man Meat. Man Meat. Man Cave and Meat. Geil. Man Man. Man Man. Man Cave and Meat. Man Eat. Okay, ich bin bereit. Beat my Meat. Ist da eigentlich was rausgekommen bei deiner Kochstelle? Ach, die wolltest du nochmal updaten, ne? Ah, anscheinend kann man die nicht noch updaten. Frech. Dann war das wohl so. Du kannst das Tablett am besten direkt nehmen. Boah, ich hab Angst. Dann kannst du zwei Sachen gleichzeitig tragen. Oh. Hallo. Schuhsohle. Ey, Chat. Ich find's geil, dass alle aus meinem Chat Order 3 reinschreiben. Jungs, freut mich mega, dass ihr alle die Schuhsohle haben wollt. Ultrakorrekt. Ehrlich, auch ganz unerwartet tatsächlich. Hätte ich gar nicht von euch erwartet. Ich hätte gedacht, ihr habt ein bisschen mehr Geschmack tatsächlich. Aber gut, das ist ja alles, ne? Hilfe, das macht mich komplett fertig mit der Tablette. Schuhsohle. Mag's halt gut durch. Ja, ja, ja. Ja, dann nachvollziehbar. Dann nachvollziehbar. Dann unsere mal wieder. Dann, sorry. Da ist Schuhsohle. Jawohl. Dank. Die wollen... Hallo, hallo. So, das wollen sie. Easy, hab ich direkt ready. Geil, geil. Guck mal, ich versuche das jetzt mal beides draufzunehmen. Ich mach das mal einen ganz wilden. Guck mal. Das ist ja komplett verrückt. Oh, geil. Guck mal, Netti. Süß, dass dein Chat so Einsen reinschreibt tatsächlich. Okay. Alles gut. Ich hab mal ein anderes hier noch gemacht. Zum Spaß. Ey, cool, danke. Auf, gut Glück einfach. Ja. Ja, ich dachte, das wollten die Nächsten haben. Nicht. Ja, 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 safe. Kann ich das nochmal drauflegen? Ne. Scheiße nicht. Oh, wie traurig. Das ist stressig mit diesen Pfützen hier. Die Dreckspfützen. Ja, Mann, ich fühl... Das ist sauer. Da. Da. Nehm. Da. So. Ey, wir haben wir es. Man Cave and Meat, Bruder. Man Cave and Meat. Was ist das denn? Wer von euch in den Laden geprisst, Shit? Seid ehrlich. Ich weiß genau, wo es war. Ich seh's genau, wo er von den Leuten das hier war. Das ist denen auch nicht peinlich. Nee, nee. Ja, machen wir mal so. Ah, okay. Jetzt dürft ihr euch entscheiden hier anscheinend. Gott. Gott bewahre. Ich weiß gar nicht, wie ihr da gerade entscheiden müsst. Nein, Chad. Ich weiß gar nicht, wie Chad hier gerade entscheidet. Ah, oh mein Gott. Das ist eine automatische Abstimmung im Chat bei mir anscheinend. Okay. Crazy. Okay, wirklich crazy. Die haben das da richtig hier ausgearbeitet. Was haben wir? Wir haben sich für charmant entschieden. Gäste müssen sich mit einer persönlichen Note willkommen fühlen. Danke, Chad. Standards sind nicht so wichtig wie das Gefühl, sich hier zu Hause zu fühlen. Nett. Super. Netti, super. Ja, toll. Wie können wir jetzt hier einziehen? Ah, ja. Oh, wir haben eine hässliche Tapete. Wir dürfen trotzdem noch selber entscheiden. Check. Da. Nova, die hässliche Tapete. Oh ja. Da seh ich uns. Ich glaub, ein paar Sachen hiervon sind kostenlos, oder nicht? Nee, bei mir ist nix kostenlos. Aber jetzt kann ich auch das Ding hier mal rausholen. Ist ja echt schmutzig, was wir alles haben, ne? Hast du irgendwas mit drei Häusern? Drei Häusern? Ja. Nee. Warte mal. Nee, ich hab aber drei Sachen mit jeweils einem Haus. Okay. Da brauchen wir drei Häuser. Dann müssen wir es so machen. Hier ist mein Gemälde. Gemälde. Das macht ruhiger. Wir haben aber kein Geld mehr, Noma. Oh. Wir können ja Sachen aufbewahren, wenn wir sie da reintun. Für nächste Runde. Wenn wir sie wo reintun? Aber das ist wichtig, dass es Poggy ist. Das macht die Geduld. Verdoppelt hier. Verdoppelt Geduld. Das ist crazy. Woran sehe ich, ob ich sage, guck mal, der Kamin hat zwei. Was ist, wenn ich den Kamin in diesen Tisch reinpacke? Oh mein Gott, ich hab mich rausgepackt. Was? Oh mein Gott, wie kommen wir wieder rein? Das hab ich noch nie gesehen. Soll ich dir helfen? Nee. Warte mal. Warte mal. Warte mal, jetzt hier. Wie ist denn den hier? Oh. Jetzt hier. Hier rein. Geh wieder rein. Bin drin. Arbeiter. Super. Riedige Backe-Views. Den nutzen wir jetzt in positiven Sinne, Noma. Wie findest du das? Ist doch schön, oder? Ja, vor allem mit den, also die beiden zusammen. Ja, ja, ja. Ich find das eine crazy Kombi auch. Oh ja. Guck mal. Nein, wir haben einen Kamin. Den müssen wir bewahren, den Kamin. Warm und kuschelig. Aber den brauchen wir nicht updaten. Den können wir einfach nur rein tun, dass wir wieder Geld haben. Okay. War dumm von mir. Scheiß auf mich. Egal. Hupala. Hab einfach was gekauft. Egal, weiter rein. Bin bereit. Jetzt hab ich einen schnelleren Ofen. Unser Restaurant sieht gleich so sauber aus irgendwie. Nee, ja. Der Boden sieht so clean aus. So. Was wollt ihr haben? Entscheidet euch. Oh, jetzt denken die auch länger nach, die Arschlöcher. Ah. Okay, Schuhsohle und Ei. Okay. Und Schuhsohle und normal. Ah, ah. Sorry, Entschuldigung. Sorry. Manchmal bin ich überfordert hier. Gar kein Problem. Okay. Geil für den Zweiertisch abzuräumen, ne? Den Spaß hier. Und einmal noch, äh. Schuhsohle? Ei. Ah. Mann, komm dir gar nicht mit dem Putzen hinterher. Ich verstehe jetzt, wie meine Mutter sich immer gefühlt hat zu Hause. Ich komm gar nicht hinterher. Wirklich, Antonia. Nein. Oh, ich saue. Ich dumme Stück Scheiße. Scheiße, ich hab ein Problem. Eins zu früh. Ach so? Ja. Warte. Hier. Bitte. Ah, nein. Das Falsche. So. Warte, dann muss ich ganz kurz hier. Ah, ja, du weißt gar nicht, was du kochen sollst, ne? Guck mal hier. Nee. Hab gewartet. Du so. Du so, what the fuck, bro? Ich stand da so mit meinem Fleisch in der Hand und war so, ey. Ey, immer so. Huh. Oh, der hört sogar am Ende auf zu grillen. Hot Girl Shit. Das ist ja crazy. So, die wollen. Natürlich, wollen diese Leute, die vermutlich aus meinem Chat sind, alle drei. Ja, schön, 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 toll. Was denn auch sonst? Bin ich ehrlich? No, warte, geh weg. Entschuldige. Top. Gar kein Problem. So, Doppelschuhsohle hier nochmal. Ich hab jetzt eine zu viel gemacht. Gar kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem. Hier, Doppelschuhsohle. Komm, Elif, wir täuschen mich nicht. Elif, sag nicht, du willst auch so eine Schuhsohle haben. Elif, ich weiß, du hast Geschmack. Junge, mach jetzt doch keine, mach doch keine Welle jetzt hier. So, was willst du? Oh ja, komm, ich hab gewusst, du hast den Geschmack. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Manchen sieht man es einfach an, den Geschmack. Ja, auf jeden Fall. Mann, Nummer, ich, das ist, ich, ah, 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 ah. Alles gut, Bruder? Ja, ja, fast. Den hab ich jetzt schnell, keine Sorge. Es ist zu rutschig hier. Es ist zu rutschig hier. Ja, das ist doch gar kein Problem. Da. Glückliche Gäste, glückliche Leben, schön. Ach so, ja, oben rechts sieht man, was Order 1, 2 oder 3 ist. Jetzt habt ihr geschrieben Order 3, weil ihr dachtet, Order 3 ist die dritte Stufe. Aber Order 3 ist gar nicht Order 3 gewesen. So, die bambuselt nämlich. Da. Die bated. Komm, wir haben ja ein bisschen ausgetrickst. Ja, all night. Wir haben ein Rating von 2 bekommen, Nova, inzwischen. Alter, crazy. Ja, wir müssen Links machen. Bokulikäsesuppe wird dich ja komplett brechen. Ja, das wird mich wirklich brechen. Also, anscheinend das Chat kann doch nicht. Ich muss mich entscheiden, schade. Haha. Kochstelle, Upgradebar, Mixer, Spülbecken. Dann würde ich nochmal eine Kochstelle upgraden. Ja. Weiß nicht, willst du den Kamin kaufen? Wir haben eh nicht genug Geld. Ah, wir haben aber nicht genug Geld für den Kamin. Ja, muss der Kamin weichen. Ja, wir können den Kamin nochmal. Nee, wir können ja nicht. Wir können nur auf die Kochstelle nochmal verzichten. Ey, wie du willst. Wie du es denkst. Ich weiß nicht. Ist halt geil, weil du direkt zwei Häuser reinfetzt, ne? Dann holen wir uns jetzt den Kamin. Ja, geil. Scheiß auf die Kochstelle. Das kriegen wir eher. Guten Morgen, meine Liebe. Ja, hü-hü. Hast du heute ein bisschen Bock, Steak zu braten? Geil. Kommen Sie rein. Können Sie rausschauen. Ich bin da. Yippie. Ich bin hier, ich bin da und wir machen das jetzt. So, so. Oh, du musst nochmal näher ran, Noah. Du musst mir sagen, was die wollen. Okay, gar nicht. Was? Stufe 2, Stufe 3. Wenn wir auch hier stehen. Stufe 2. Kann man so ein Schwein sein. Stufe 3. Hammer. Woll. Hä? Oh, Bruch. Okay, der will. Okay, der will Schuhsohle. Schuhsohle. Schuhsohle, ei, ei. Jo. So, schon mal die hier. Und es ist so geil, dass die Schuhsohle aufhört zu brennen, ne? Das ist Hot Girl Shit. Ja, Mann. So, kommen Sie rein hier ins Etablissement. Okay, natürlich, klar. Schuhsohle, natürlich. Warum auch was anderes? Direkt hier auf dem Boden. Was mit dem oberen? Auch. Klar, Chat. Ey, na klar. Natürlich. Was gibt es auch sonst anderes auf unserer Karte? Wir sind das Restaurant, weltbekannt, für Schuhsohlen. Für Schuhsohlen. Leute, kommen von weit her. Unsere Schuhsohlen sind. Ei, ich weiße doch. So, was will der Kollege hier? Natürlich. Oh, eine Schuhsohle. Na klar. Überraschung. Ey, das ist ja was ganz Neues. Who will the guest? Who will the guest? Ich hätte es nicht erwartet, aber er wollte eine Schuhsohle. Ja, ja. Oh, und ein Ei. Ein Spiegel. Okay, got it. Dankeschön, Karajnski. Du bist die Beste. So, nämlich. Du bist einfach gut. Ein Macher. Macher, toll. Sexy, Lord Goldschild. Die Kollegen wollen natürlich, ne? Einmal die mittlere und einmal die Schuhsohle. Jawohl. Okay, got it. Oh nein. Warum steht denn das Tabetta jetzt? Das ist ja total doof. Oh Gott. Gott bewahre. Gott bewahre. Ah! Die haben wir beide natürlich. Ähm, genau. Das einmal, das einmal. So. Oh, nee. Und die wollen natürlich Schuhsohle, Schuhsohle. Klar. Who would have guest? Überraschung. Hammer aber hier. Alles unter Kontrolle, die können uns gar nicht unter Druck setzen hier. Nee, wir sind nämlich einfach die Besten. Wir sind auch im Groove. Ja, wir sind einfach die Besten, die Geilsten, die Tollsten. Richtig. So, nochmal den Geschwister an, nochmal, ne? Nochmal 80 Euro haben wir gemacht hier, Nova. Alter, Schwede, ey. Mann, sind wir krass. Richtig Reibach gemacht hier heute. Wirklich. Maloche. Hammer gemacht. Ordentlich malocht. Guck mal, jetzt haben wir den Kamin. Geil. Na klar, gar nicht das, ey. Mann, da kann ich mal sowas von. Warte. Oh, scheiße, ey. Ja, es kracht. Es muss mein Gesicht abpudern. Ich schwitze wirklich wie eine Speckschwarte. Ich stelle dir den kurz. Gar in die Ecke da. In die Ecke. Guck mal. Wow. Ich fühle mich wie zu Hause. Schön. Jetzt kannst du wieder dahin. Okay. Ich mache sofort. Äh. Der Kamin sieht ehrlich cute aus. Arbeitsschuhe. Arbeitsschuhe? Ja, ist ja scheiße. Vertal Sauerei, über die du läufst. Wie schlecht. Ja, dumm. Einfach mal durchdrücken, Digga. Wieso sollte ich das haben wollen? Ich glaube, das ist einfach nur Kacke. Ja, das kaufen wir. Da kannst du nämlich zwei Sachen aufbewahren gleichzeitig. Und zwei Sachen gleichzeitig auch entwickeln. Das ist geil, aber warum sollte ich mir die scheiß Schuhe holen? Das ist, ich glaube, die scamp man. Leider kein Geld für. Soll ich mir nochmal einen S-Tisch holen? Nochmal mehr einfach für mehr Geld? Ich glaube, das packen wir. Verstehst du das für die Moneten? Für das Geld, die Moneten? Ja. Weil wir die wirklich brauchen, die Moneten. Hast du so den besten Laufweg? Nicht, wenn du die Teller an den Rand stellst. Ich könnte halt... Die Tische. ...das nach hier machen, meinst du? Nee, ich meinte, ich habe von den Tischen geredet. Also so einfach dann. Madame, ich bin geistig verwirrt. Ja, dahin. Und dann nur die inneren quasi behalten. Jetzt den nächsten da. Und dann die oberen weg. Ich würde es gerne machen, aber ich kann ja... Ich komme nicht. Ich bin stuck in der Küche schon wieder. Ja, dann kommen sie raus. Dann kommen wir. Wenn du jetzt so machst und so machst und so, dann musst du doch immer nur von hier nach da, obwohl der dann nicht so geil ist. Die haben auch alle nur einen Sitzplatz. Du musst dann einen weiter wegstellen. Du darfst ja doch nicht zu nah an... Ja, got it, got it, got it, got it, got it, got it. Du darfst ja doch nicht zu nah hier anstellen, weil dann werden die nass. So, kommen Sie bitte in unseren Laden. Was hätten Sie denn gerne? Moin Factor, moin Sophia. Was geht? Ich mache es schon mal drauf, weil es wird eh eine Schuhsolle. 100%. Und? Schuhsolle und einmal so Ei. Sogar nicht ganz. Okay, haben wir beides? Schreib mal alle aus auf solchen Order 3 in den Chat. So, Kollege hinten will Mittel. Okay. Mittel will der Kollege hinten. Ja, aber auch kurz geupgradet. Danke dir, meine Liebe. Es ist ein Träumchen mit dir zusammenzuarbeiten. Ein Träumchen. Ebenso. Hier haben wir. So, Mittel. Also es ist hier wirklich die Mittel-Schicht. Die Mittel-Error. Die Mittel-Error. Ja, Mann. Mittel-Schichtel-Error. Die können sich alle gar nicht hier gar nicht anders entscheiden. Und ich glaube Ei, Ei. Nee, Ei-Mittel. Ei-Mittel. Mittel, Ei-Mittel. Gerade. Metal, Leute. Metal. Und natürlich die Schuhsolle und Mittel. Na klar. Einmal Ei und einmal Mittel. Yo. Und dann einmal die Schuhsolle und einmal Mittel. Yo. Bring dir jetzt gleich neuen Spaß hier. Ich weiß nicht mehr, Nova. Ich weiß nicht mehr. Hast du gesagt Schuhsolle und einmal Mittel? Was wollen die da unten nochmal? Mama. Schuhsolle und Mittel. Das ist nicht Mittel. Das ist... Alles gut. Alles gut. Ey. Mama. Mama. Wir schaffen das alles. Du kannst das eine schon nehmen. Ja, da läuft es super schnell ab, die Zeit, wa? Ja, nur auf deinem Tablett schon mal. Das will keiner. Der... Oh mein Gott, Nova. Ich sack Balls. Wir werden verkacken wegen mir. Ey, das ist ein Problem. Das müssen wir kurz wegwerfen. Ja, ich hab gleich... Ich kann natürlich das hier schon mal abgeben. Wir reizen uns richtig aus, einfach den Ahl hier. Haps, haaps, 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 haaps. So. So. Und jetzt läuft es nämlich wieder neu ab. Wir haben es nämlich komplett gedribbelt. So. So scheiße war das. Jetzt einmal, ähm, Mittel. Mitte? Ja. Okay. Hier. Wir brauchen keine Schuhsolle mehr, nur... Ei, ei, Mittel, Mittel. Okay, einmal Mittel liegt hier. Oh Junge, geh mir aus dem Weg. Gott, unser Müll ist voll. Ach, der hat echt schon einen Absturz, dass man nicht mehr weiß, was es ist hier, ne? Ei, ei. Ich brauch... Ja, hier sind Kinder. So. Es ist falsch. Ne, ich brauch keine Schuhsolle. So, brauchen wir es. So brauch ich es doch. Oh, wenn wir das machen, dann würde ich gerne wieder haben. Das ist aber kein Teller. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße, Nova. Okay, ey, das ist gar kein Problem. Oh, wir haben so viele Steaks hier. Was brauch ich noch? Nein, ach, er wollte das eh haben. Ach, den haben wir einmal, den haben wir hier, passt. Ja, und der will aber Ei und Ei und so. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ja, 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 ja. Guck mal, wir haben es. Junge, es ist hier komplette Pfadengstiegel aus. Ja, da muss er will, das Maul zu halten, Alter. Das ist, was er will, aber mal ganz fein. Digga, das war ein komplettes Chaos. Hier, wir haben es geschafft. Das war, Nova, ich entschuldige mich für meine schlechte Leistung. Nein, das war gar kein Problem. Ich habe auch reingehintet. Ich habe hier noch drei Schuhsohlen liegen, ey. Will hier jemand noch? Will jemand noch mal kurz nach nichts schmecken, Leute? Das war ja, das war ja ganz, ganz schrecklich, wirklich. Ich finde, Leute, echt, also, als ich früher so auch viel Steak gegessen habe und so, ich checke nicht, wie man das so komplett so durchfrisst. Ein Steak oder wie? Achso, das meinst du? Ja. Das check ich auch nicht. Aber ich war auch nie die große Steak-Esserin, muss ich sagen. Geschmacksverirrung. Ich habe nicht eure scheiß Steakbude. Doch. Ei, los. Musst du weiter spammen. Ey, du brauchst dich da richtig ein, ne? So Kundenkontakt will ich nicht. Ja, wieso ist das jetzt über ein krasserer Herd, frage ich mich. Was ist da passiert, dass das so ein krasser ist? Ich glaube, wenn du die reintust, gibt es halt so eine Möglichkeit, dass du verschiedene Sachen spawnen. Und die ist halt so, äh, beschiedene Chancen, glaube ich. Was ist, der Wischer? Ja, wir brauchen eigentlich so einen elektronischen Wischer. Okay. Weil, da musst du hingehen, da musst du durchwischen. Willst du den dann mal reinpacken? Vielleicht kommt der dann zum elektronischen. Wäre eine geile Idee. Ich komme mir leider gerade, leider Gotti, aber auch nicht mehr durch. Sekunde. Darf ich das da hin tun? Ja, ja. Serio. Ich kann es dir auch nicht sagen, wieso. Ei, wunderbar. Okay, Hams. Ja, rein in den Hall. Bin bereit. Bin so bereit. Bin auch bereit. Chat, hab dir Bock auf ein paar Schuhs holen? Jawoll. Was sagt er? Ja. Schau, fährt doch einfach schon mal rauf. Irgendein Hund will doch eh Schuhs holen. Komm, die kommen jetzt doch alle rein. Könntest du einmal so eins vorbereiten, ne? Oh mein Gott, der oberen ist richtig fast. Holy fucking shit, Loba. Wie geil, Game Changer. Hot Girl Shit, Alter. Okay, wir dreiväulich sind natürlich. Ey, perfekt. Ey, ich mach schon mal ne Schuhs holen über dir. Wo ist ich wieder mit dir ne Schuhs holen? Die Frau ist traumatisiert. Und hier unten auch mal ne Mittel. Ey, das ist ein Traum. Alter, das ist ja geil mit dem Teil. Da merkst du, du bist alt. Und nicht so, dass du ein Herd freust, weißt du? Ja, wirklich. Einmal ne Mittel und nochmal ne Mittel. Kein Schwein will die Schuhs holen mehr haben. Kein Problem, Chat. Dass ich das jetzt auf einmal nicht mehr wollte, ist wirklich kein Thema. Ja, ja, ja. Das hab ich gar kein Problem. Ey, das Ding ist ja übelgeil. Das ist... Wie viel das ist. Da muss man ein gutes Timing haben, aber das ist Game Changer. So, die wohl einmal Schuhs holen und einmal so ein Mittel, ne? Perfekt. Schuhs holen hab ich schon einmal da für dich. Super, super, super. Mittel hab ich auch einmal da für dich. Ey, das ist doch einfach ein Träumchen. Ich sag's dir einfach, wie's ist. Das ist ein Running Restaurant, nennt man das. Nein, ich hab wieder... Entschuldigung. Dumm. Das ist manchmal nicht geil, wie dumm. Wieso geht das manchmal nicht? Was denn? Dass du das nicht so ablegen kannst, gleichzeitig. Ja, das ist hier einfach alles, das ist ein Bruch. So, einmal Schuhs holen, Mittel, Mittel und... Schuhsohle. Ja, Schuhsohle, Mittel, Schuhsohle, haben wir beides da? Jo. Weil ich einfach dumm bin, Toni. Das ist der Punkt. Und der will noch ne Schuhsohle. Das liegt nicht ab, Gabe, das liegt an mir. Oh ja, Upgrade darf ich nicht vergessen, stimmt, Chat. Upgrade, Upgrade. Mittel, jo. Ich guck mal, ob ich's schnell machen kann. Wir probieren's aber mal ganz kurz. Das läuft gut, das läuft gut. Das ist ein gutes Timing. Ich sag ja, wie es ist. So, haps. Haps, noch mal. Ei, wir brauchen Schuhsohle, Schuhsohle und Mittel. Okay, Schuhsohle. Jo. Schuhsohle. Fuck, und noch ne Schuhsohle. Jo, da unten liegt doch noch ne Schuhsohle. Ja. Da ist die Mitte. Und Mittel. 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 Und Ei. Ja, Digga, komm, ganz ehrlich. Das ist auch quatschig. Jetzt ist Ei. Also, super. Ich nehm schon mal Mittel für Kollege Schnüschow hier. Mittel. Mittel, Mittel und Ei. Ja, Hammer. Wer Ei kriegt, bekommt halt schneller, weißt du? So ist das halt, wie es Schuhsohle ist. Richtig. Und jetzt höre ich noch mal eine Schuhsohle, Heureka. Wollen sie? Perfekt. Ja, perfekt. Guck mal. Da hab ich noch eine, die noch ein bisschen hier liegt? Entschuldige, Teller. Guck mal, das ist nicht... Da merkt man auch nicht, dass das ein bisschen schon... Ja, merkt man nicht. Der war glücklich. Ich hab schon seit 20 Minuten rum, da hast du nichts mehr am Big Mac zu tun. Aber... Haben wir kurz in die Mikrowelle geparkt. Das funktioniert. So. Da ist er, der dritte. Parkst du es nur mal, da ist er, der dritte. So schnell geht's, ey. Weißt du, das müsste man, das müsste man den ganzen Chefkochen mal sagen, wie easy das eigentlich ist. Ja, ich dachte, unser Gesamtverdienst ist stuck bei sieben Euro. Das wär traurig gewesen. Das wär, das wär Bruch. Das wär wirklich ein starker Wuch. Okay, anscheinend funktioniert das mit dem Chat nicht mehr, deswegen voten wir einfach selber. In der ersten Fall legen Geduld, wenn man sie, wenn die, wenn sie Spieler anschauen. Ja. Was? Ja. Aber Tomate ist auch Bruch. Ich sag dir, wie es ist. Ja, Tomate ist heftig. Aber es könnte auch eine kleine Challenge sein. Komm, du sagst, du schaffst es. Ja, komm, wir machen es hier links. Muss sein. Muss. Hast du uns Bruch. Abwart. Vielleicht guck mal ganz kurz, was haben wir hier noch so? Esstisch. Fleisch. Was ist Fleisch? Liefert Fleisch. Mhm. Okay, einfach mehr Fleisch. Super. Kombiniert Gegenstände automatisch. Wir haben hier einen Dauerwischer, Noma, jetzt. Oha, kann man hier nochmal upgraden? Nee. Okay, dann probieren wir es einfach aus. Den stelle ich mir hier oben hin und dann erwische ich euch durch in der Bude hier. Ei, auf die Gou schwebe ich raus, Frau. Geil. Super. Ja, wollen wir noch den Essdisch reinknallen für den ultimativen Cash Grab? Ja. Ja, ich glaube, das wird es sein. Gib her. Das ist ein guter Teil. Da. Stell ihn dir so hin, wie du ihn gerne hättest. Mach die Welt, wie sie dir gefällt. Jo, so gefällt es mir wunderbar. Super geil. So, Chad, ich freue mich auf einen weiteren Tag, an den ihr hier am Start seid mit uns. Wir haben nichts in unseren Forschungstisch gepackt. Das ist ja schon mal ein super Start. Und dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz direkt wieder Sachen auf den Grill hauen, denn ihr möchtet bestimmt direkt jemand ein mittleres haben, oder nicht? So, ich hab' dir gelollt. Hallo. Und dann, was möchten sie in so einer Schmandbude kaufen? Oh, eine Schuhsohle. Und ja, das andere sehe ich nicht, Digga. Was ist das? Ah, das ist eine Eins, glaube ich. Da ist genau Chat drüber. Oh, ich darf die echt gar nicht angucken, ne? Ne, die wollen Schuhsohle, oder? Ja. Guck mal hier. Falsches Tag, nochmal. Verpasst euch! Ey, das geht echt so rapidly. Hier runter, ne? Äh, Ei, Mittel. Okay. Schuhsohle, Ei. Okay. Schuhsohle, Ei. Zunge. Schuhsohle, Ei. Also, ich kann nicht machen, ich kann nicht machen, ich kann nicht machen. Boah. Das ist aber stressig. Das ist übel scheiße, bro. Ich sag, wie es ist. Wir haben uns damit, glaube ich, ein Grab gelegt. Ich wusste es nicht. Ja, ein Steak. Und das Schlimmste ist, in der Kombi, dass ich immer rangehen muss, um zu schauen, was die haben wollen, weißt du? Die Kombination ist ein Bruchmittel. Aber ich kann versuchen mit drauf zu achten, dass du nur den vorbei huschen musst. Ja. Ah, okay. Schuhsohle. Alter Schwede, ist das ein Bruch, ey. Wir haben es noch unter Kontrolle, aber. Na klar. Wir schaffen das. Verspiltsch. Schuhsohle, Ei. Ich schaue euch nicht an. Wenn ihr mich nicht seht, dann sehe ich euch auch nicht. Schuhsohle, Ei. Da? Traumhaft. Was wollt ihr haben? Ah ja, Schuhsohle, Schuhsohle. Schuhsohle. Schuhsohle auch. Got it. Schuhsohle, Schuhsohle. Da habe ich die Doppelofentechnik gemacht, Chat. Ich hoffe, das habt ihr gesehen. Wir müssen echt ein Regamer einfach. Schuhsohle, Middle. Middle. Middle, Leute. Alter, das ist ja so crazy, wie schnell das geht, ne? Das ist auf dem schnellsten Ofen ohne Fehler, ja? Wirklich, du bist einfach die Beste. Ja, das ist aber knapp dafür, dass das... Und dann mal Middle und Ei. Habe ich. Ja, in jedes Fall. Das ist das, meine ich. Ei, ei. Geht, also nicht lauter. Ei, ei, ei. Hammer. Ei, ei. Und dann habe ich hier einmal bitte eine Schuhsohle à la Bonneur. Magst du mal probieren, mit dem Wischmob einmal durchzugehen, was das macht? Ob du den nur so anklicken musst vielleicht einmal? Ey, guck mal hier. Ja, check. Check ist schon schneller. Ja, doch, ist schon schnell. Ist schon ein schneller Wisch. Ist schon... Würde ich auch mal sagen. Also, ne? Ist ein schneller Wisch. Dafür, dass jetzt die ganze Scheiße hier weg ist. Kannst du mal anrufen? Geht das noch, bevor der raus ist? Nee, das ging nur in der Mitte. Da war ich mir nicht so sicher, wie wir da drauf sind. War besser so, war besser so. Eigentlich von der Kompetenz her. Er hätte unser Tod sein können. So, keine Show. 111. Ordentlich Cash gemacht. Oh, guck mal, wir haben neue Tapeten. Hässlich, wow. Das ist ja unglaublich hässlich. Ja. Ey, wir haben noch einen Kamin. Das sind nochmal zwei. Das ist eigentlich ziemlich geil. Weil es einfach so geil ist. Hier ist ein leicht entzündlicher Läufer. Weiß ich nicht. Eine Pflanze. Plus 10% gesamte Geduld. Das brauchen wir, Nova. Jetzt steckt sich das. Also, das kontert halt wahrscheinlich ein bisschen gegen. Hast du auch eine Pflanze? Ja, wir machen zwei Pflanzen. Ja, aber deine Pflanze bringt da nichts. Die muss bei mir stehen. Ja, ich kann nicht. Die muss bei mir stehen. Und dann, wie kostet du eine Pflanze? Weil ich hätte Bock auf dem zweiten Kamin. Die Pflanze kostet, glaube ich, 40. Lass Pflanze auch einpacken. Wir können ja auch einmal eine Pflanze einpacken. Eine hast du schon gekauft? Jo. Dann haben wir gerade drei Pflanzen. Du hast gerade eine eingepackt und ich habe ja auch noch eine hier. Ja, die können wir, glaube ich, alles decken. Dann willst du jetzt lieber noch einen Kamin machen als noch mehr Geduld? Weil die Geduld hat uns fast gekillt, Nova, gerade. Ich glaube, ich würde erst mal noch... Ja, aber man kriegt ja höhere Geduld, wenn man noch einen Kamin hat. Auch? Okay, dann mach das. Geduld sinkt langsam, wenn man ein Spiel an der Nähe vom Tisch ist. Dann countert das aus, weißt du? Wenn wir dann noch zwei von diesen Hütchen da kriegen, von den Häusern da, dann countert das das weg, weißt du? Mit diesen Florianischen Standards da. Dann lass die eventuell aber verteilen, oder? Guck mal, dass wir einen so hier hin machen. Ja, können wir auch machen. Also das juckt nicht für die Häuser. Echt, weil da steht, wenn ein Spieler in der Nähe ist. In der Nähe vom Tisch ist. Ja, ja, aber das müssen wir... Falsch gelesen. Genau, genau. Das müssen wir auch erst mal freischalten. Okay, dann bin ich bereit. Dann gebe ich dir mal dein Geschirr zurück und späte dich ein. Oh, das war eine knappe Nummer. Das habe ich fast vergessen. Kommt rein, die Bude. Wir haben übrigens an dem Punkt wieder nichts in den Upgrader gepackt. Ach, geil, auch. So, was wollt ihr, ihr Schweine? Ich finde es geil, wie diese Pflanze mitten im Laden jetzt steht, aber... Ja, ja, ja. Ist das doch... So gehört sich das. Schuhsohle, Mittel. Ja. Boah. Das war wirklich eine Übergabe, ne? Ja, das war eine Übergabe. Jetzt sag ich dir. Traumhaft. Wie ist denn ein Buchesstand? Du wolltest die Schuhsohle und du wolltest Mittel und du willst aufs Maul. Schuhsohle. Schuhsohle, Hammer. Jo. Schuhsohle abgegeben. Was willst du? Schuhsohle? Jo, klar. Was denn auch sonst, ne? Hätte ja auch erwartet, dass irgendjemand mal was Normales bestellt, aber gerade ist wahrscheinlich komplett durcheinander. Nova, die gehen in den Laden, der heißt Man Cave and Meat. Was erwartest du? Ei und Mittel. Ich möchte es bitte. Nice. Was ist knapp? Ihr Pussy ist hier. Schuhsohle Mittel. Bräuchten... Und dann noch eine Schuhsohle. Wir bräuchten einen neuen von diesen krassen Herden. Ja, das wäre crazy. Wir bräuchten. Wir bräuchten. Wir bräuchten. Das war ganz gut. Ich möchte es drinnen. Ich muss raus. So, Jasper, was willst du? Du willst ne Mittel. Falsch, sorry. Leider falsch bestellt. Leider auch falsch ist das einfach bestellt, Kollege. Einfach Quatsch, was der bestellt hat auch. Guck mal an, auch war arrogant. Du bist extra Geld. Mittel, Mittel. Okay, haben wir einmal. Mein zweites Mal. Traumhaft. Geiles Teil. Geile Walber. Äh... Schuhsohle Ei. Ja, Ei und Schuhsohle Mittel. Schuhsohle Ei. Ja. Und Schuhsohle Mittel. Traumhaft. Weil es einfach so geil ist. Da koche ich. Haben wir beides. Ich hole dir auch gleich wieder Telles. Kriegst du nicht? Problemlos. Kriegst du nicht? Kannst du haben. Kannst du haben. So, was wollt ihr, Freunde? Schuhsohle... Ei. Okay. Schuhsohle ist da. Ein Ei. Ei ist da. Und nochmal ein einzelnes Ei. Hallo. Wir müssen gleich was bei dir anpassen. Weil bei dir wird es knapp. Selbst wenn du Perfect Run machst, ist es knapp. Und wir haben das Glück, dass du dir gerade keine Fehler erlaubst. Weil du wirklich wie eine junge Göttin hier durch die Pfützen rennst. Aber Fehler sind menschlich. Und da habe ich Angst vor der nächsten Runde. Oh, die macht sogar noch sauber, obwohl sie nicht mehr muss. So ein Ding ist es. Ei für die Morgenschicht, weißt du? Ei mal so Ambition im Leben, sagst du. So, 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 so. Boah, sehr gut. 123. 1, 2, 3. Noch nicht so viel Cash gemacht. Ah, das Anrufen, das sag ich dir, das hast du gebracht. Arbeitsschuhe. Tresen. Nur mal, du brauchst die Arbeitsschuhe. Toner Maschine. Du brauchst die Arbeitsschuhe, Nova. Ich kaufe die jetzt. Warum? Die brauchst du. Ich bin doch langsam wie Ass mit. Das bin doch einfach Quatsch. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich bin das Turnschuhe. Da stellst du dein Arbeitsschuhchen an, ja. Sind das Turnschuhe? Weiß ich nicht. Vielleicht auch Kops. Okay. Der Tresen ist upgrade-bar. Ich mach das aber mal. Wollt ihr da nicht reintun? Wird da überall Sachen drin? Ja, Pflanze und hier. So. Kommt man auf die Pflanze? Ja, gib die Pflanze her. Okay, hier. Gib mal Pflanze. Auch kein Mäher machen hier, ne? Ein, wird der Koch. Ja, ich muss es nicht. Ich darf nicht so viel laufen, sonst krieg ich selber wieder Hunger. Ja, 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 ich versteh das. Da wirst du die Pflanze nicht hinstellen, oder, Noma? Okay, Mama. Jetzt passt da nur noch eine Person hin. Ja! Daneben deine Schüchen. Das reicht auch nicht. Guck mal hier, ist weg. Achso, das ist der Radius. Nur wenn hier ist, das ist Radius. Das ist kein Radius mehr für den Kollegen hier, weißt du? Ja, ich glaube... Ah, verstehe ich. Was ist, wenn du den Kamin wegpackst? Und also den Kamin taust, die Pflanze mit Kamin taust? Reicht das noch? Nee. Ist dann auch hier, Kollege Schnüschuh. Ah, der unten rechts nicht. Ich lasse einfach jetzt hier und dann dripple ich mir so meinen Weg vorbei, weißt du? Dann mache ich hier so... Okay. Oder ich gehe halt oben rum. Packst du. Ey, ich probiere es einfach mal. Geh mal. Kriegst du hin, ich believe. Geh mal, ist nichts Gutes. So, guten Morgen, herzlich willkommen in... Man Cave and Meet. Where man can be man. Wir haben hier noch so ein Craft Beer bei uns. Das Einzige, was ich jetzt zum Essen bekomme, ist Fleisch. So, wir haben Ei und Schuhsohle. Ich glaube, Ei und mittlere, glaube ich, oder? Nee. Ei und Schuhsohle. Nee. Ei, bitte? Ei. Ei, Ei. Schuhsohle. All right. Wie fühlst du dich mit deinen Schuhchen? Ja, süß. Hast du sie bonita? Do you feel bonita? You should feel bonita. Wonderful. Ei. Ei, Schuhsohle. Zwei Ei, ein Schuhsohle. Zwei Ei, ein Schuhsohle. Ein Schuhsohle für dich. Und nochmal zwei Ei und Schuhsohle. Ein Ei für dich. Jawoll. Zwei Ei, ein Schuhsohle. Jo. Ein Schuhsohle. Oh, wir brauchen zwei Schuhsohlen. Also, wir brauchen drei Schuhsohlen. Ich brauche einen neuen Teller. Ah, hier hinten sind noch Teller. Jo. Das muss hier auch auf jeden Fall. So. Oh, Meister. Jetzt kracht hier aber wirklich aller Bonner, Digga. Oh, und da oben brauchen wir unbedingt... Ei. Nein. Packen wir noch. Packen wir noch. Schuhsohle, 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 Schuhsohle. Äh. Ja, Tageskulinar. Es ist einfach nicht so was der Game. Ja, wir können auch ein anderes Spiel spielen. These Masор. Also, wir können auch ein bisschen zeres研. Behind D kranken wir schon waren. Wir brauchen einen Schuhsohlen. Musik Musik Auf Greif R R Schritt 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 Vielen Dank.